So, da bin ich wieder. Musst nämlich noch ein bisschen was besorgen. Wir haben nämlich ein neues Projekt. Nein, doch! Heute geht es mal wieder in die Werkstatt, denn wir wollen ein bisschen was basteln. Und zwar ein kleines Klettergerüst für Babys und Kleinkinder, auch unter dem Namen Pickler-Dreieck bekannt und in etwa so ausschaut. Benannt ist das Ganze nach der Amy Pickler, das ist diese Dame, eine Kinderärztin, die sich damals zu ihrer Zeit entwicklungsphysiologische Überlegungen zu Säuglingen und Kleinkindern gemacht hat und dabei festgestellt hat, dass Babys schon in der Lage sind, im frühen Alter sich hochzuziehen oder auch richtig klettern zu können. Und dabei entstand dann die Idee für so ein kleines Klettergerüst. Das Ding kann man kaufen, ist sehr teuer, deswegen machen wir die günstigere Variante und bauen uns eins selbst. Ja, wie schon gesagt, es gibt verschiedene Modelle, verschiedene Variationen. Wir haben uns dazu entschieden, eins zu bauen, dass man zum einen ganz zusammenklappen kann, damit es gut zu verstauen ist. Und zum anderen wollen wir auch den Neigungswinkel, den Aufstellwinkel veränderbar machen, dass man verschiedene Neigungswinkel eben hat. Und das könnte dann also so aussehen, dass das die steilere Variante ist und so eben flacher steht. Ja, dann gehen wir in die Werkstatt und bauen. Noch zwei Worte zum Materialbedarf. Ein Buchenbrett, Buche-Rundholzstäbe, zwei Schrauben, zwei Scheiben, zwei Einschlagmuttern M8, sehr überschaubar. Ja, was haben wir, was brauchen wir? Wir nehmen dieses Brett für die seitlichen Wangen. Hier machen wir vier Stück draus. Da kommen alle 15 cm ein Loch für die Rundholzer. Dann haben wir nochmal ein längeres Stück gekauft. Da gibt es zwei Bretter draus für die untere, unteren zwei Leisten für die Verstellung, für die, dass wir die verschiedenen Neigungswinkel einstellen können. Gibt genug zu tun. Auf geht's. Gibt genug zu tun. Gibt genug zu tun. Ich bin gern. Ich bin Knoppen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020